Ich spritze meinen Raps gegen den Stengelrüstler, der da eingeflogen ist. Bei mir ist da eine Falle installiert. Da wird der Stengelrüstler-Befall, werden da die Rüstler rausgelesen. Das macht da die Fenaco Lissach, hat sich bei mir an meinem Feld installiert und ich habe da auch natürlich die beste Info, wann spritzen damit. Wir fahren mit 6 kmh, 400 Abfällenumdrehungen und 2,5 Bar. Die Motorendrehzahl ist immer konstant. Bei 1120 Umdrehungen macht er 400 Abfällenumdrehungen. Und wie immer, alles ohne Kupplung und Bremse. Wenn ein Rausfahrer rückwärts vorwärts läuft da alles über diesen Hebel hier. Und das reicht dann.